Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 16. Juni. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier und ich habe heute neun Technik-Themen für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Rooming, gehen zu Twitter, zu Spotify, zu Cloud-Speicher, zu Amazon und schließen mit Office. Ja, die Rooming-Gebühren, lange, lange hat es gedauert. Mittlerweile sind sie mehr oder minder abgeschafft. Gestern war der Stichtag, mit 15.06. sollen die Rooming-Gebühren quasi gefallen sein. Trotz allem, so einfach ist das ganze Thema nicht. Ich habe euch noch einen Artikel in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr mal nachsehen, wenn ihr wollt, gibt es ein paar Hinweise noch zu dem ganzen Thema. Unterm Strich, eben so einfach, wie es sein sollte, ist nicht. Erster großer Stolperstein, über den anscheinend auch schon viele Leute gefallen sind, wenn man so möchte. Das Telefonieren aus dem Inland ins Ausland ist nach wie vor noch Roaming. Das hat nichts mit dieser ganzen Begrenzung zu tun. Auf der anderen Seite heißt das vor allem auch nicht, dass man das ganze Datenguthaben, das man auch zu Hause hat, im Ausland nutzen kann. Da gibt es relativ komplexe Berechnungsformeln. Ob die tatsächlich für euch ziehen oder nicht, ist wiederum so ein Thema. Am besten mal bei eurem Provider tatsächlich nachfragen, was für euren expliziten Vertrag gilt. Ist alles leider relativ undurchsichtig. Ich habe auch mal den Weg zum Provider gemacht und mir das erklären lassen. Ich habe recht gut abgeschnitten. Ich hoffe, bei euch ist das das Gleiche. Ja, für alle, die jetzt glauben, sie können vielleicht irgendwie in Nachbarländern dann entsprechende bessere Mobilfunkverträge klicken und dann zu Hause nutzen. Das ist leider nicht so. Im Endeffekt gibt es da eine Maximalzeit, die man den Vertrag tatsächlich auch im Ausland nutzen darf. Sich also irgendwo anders irgendwelche Verträge holen, wird leider nicht möglich sein. Wir kommen zu Twitter und dort ging gestern die Meldung durchs Netz, dass Twitter ein großes Redesign erfahren hat. Das soll sich in Zukunft überall durchsehen. Das bezeichnet also auch die eigenen Apps von Twitter, aber auch all dem im Browser. Wurde dann auch sehr überraschend eigentlich mehr oder minder sofort live geschalten. Ich muss gestehen, die großen Änderungen finde ich jetzt nicht. Geteasert wurde das Ganze auch schon ein bisschen. Ja, manche Design-Elemente wurden in den Größen ein bisschen verändert und auch irgendwie kommentieren sieht es in ein paar Icons anders aus oder so. Unterm Strich, ja, allzu dramatisch finde ich es nicht. Und vor allem gerade, wenn man Drittanbieter-Apps verwendet, so wie auch ich meistens mit Tweetbot, ja, allzu viel merkt man nicht. Aber ja, schaut mal rein, am besten auch im Webclient eben, gerade wenn ihr Drittanbieter-Apps verwendet, dann seht ihr auch, was sich da tatsächlich verändert hat. Wir kommen zu Spotify und die haben neue Nutzerzahlen rausgegeben. Spotify hat 140 Millionen aktive Nutzer. Was man da aber nicht vergessen darf, bei Spotify gibt es ja nach wie vor die Gratis-Accounts. Die Werbeeinnahmen haben sich verdoppelt, das ist schon mal sehr positiv. Wie viele bezahlte Accounts man hat, weiß man nicht oder wurde zumindest nicht bekannt gegeben. Da gibt es die letzte Zahl aus dem März, da waren es 50 Millionen Abo-Kunden. Zweiter quasi bei den Musik-Streaming-Diensten ist nach wie vor Apple. Die haben nur 27 Millionen Kunden in den letzten Zahlen zufolge. Aber immerhin, das sind eben da lauter Zahlen, die Kunden und Apple holt mit großen Schritten auf. Wir kommen zu jeder Menge Cloud-Speicher-News und wir beginnen mit Dropbox. Dropbox hat gestern neue Verwaltungstools vorgestellt. Die sind aber leider nur für Business-Kunden. Was ich da recht spannend finde, sie haben auch die Benutzerzahlen rausgegeben. Dropbox nützen weltweit 500 Millionen Nutzer, eine sehr amtliche Zahl. Aber nur 200.000 nutzen, also 200.000 davon sind Business-Kunden. Ja, trotz allem für die 200.000 gibt es neue Tools. Da geht es vor allem um die Verwaltung von Teams und um Sicherheit. So gibt es einen neuen Passwort-Evaluator quasi, der schaut, wie sicher das Passwort ist. Und Tools, die quasi festlegen können, wie lange Nutzer eingeloggt bleiben dürfen und wie lange nicht. Und ja, Sicherheit groß im Vordergrund, aber eben leider nur für die Business-Kunden. Ähnliches gibt es auch bei Box zu berichten. Box hat eine neue Software, nennt sich Box Drive. Das ist ein neuer Desktop-Client für Windows und für macOS. Auch da geht es vor allem darum, quasi in Unternehmen den Netzwerkspeicher durch den Box-Speicher zu ersetzen. Auch da ist es wieder so, Privatkunden werden relativ wenig davon mitbekommen. Ganz anders ist es bei Google. Dort wird quasi die Google Drive-App mehr oder minder ersetzt. Ab dem 28. Juni bereits, also in quasi knapp zwei Wochen, gibt es dann Google Backup & Sync. Eine neue Software, die wird vor allem den alten Google Drive, aber auch den Foto-Uploader ersetzen. Viel mehr weiß man noch nicht. Man weiß jetzt nur zumindest, dass diese App dann da kommen wird und ihr sie euch ab dann laden werden könnt. Ob es sonst noch große Änderungen gibt, außer dass die beiden Softwaren zusammengelegt werden, werden wir dann sehen. Wir kommen zu Amazon und dort gibt es auch einen Hinweis auf eine Erweiterung einer Funktion. Der Silk-Browser wird vielen Nutzern von den Fire-Tablets bekannt sein, soll jetzt auch offensichtlich aufs Fire-TV kommen. Ausgewählten Kunden wurde da bereits eine Beta angeboten, die verschwand dann allerdings sofort wieder. Trotzdem gibt es ein paar Screenshots zu dem ganzen Thema. Spannender Punkt, offensichtlich wird es auch möglich sein, das Ding mit Alexa zu steuern. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das bald auf unsere Fire-TVs oder aber vielleicht auch irgendwie in Richtung unserer Alexa-Boxen. Wir kommen zu noch einer Amazon-News, die ist allerdings noch unkonkreter. Laut Bloomberg soll angeblich Amazon daran interessiert sein, den Chat-Anbieter quasi Slack zu kaufen. Der GeekTag hatte auch schon eine Sonderfolge zum Thema Slack, ja so ein Business-Kommunikations-Tool. Zuletzt soll Microsoft daran interessiert gewesen sein. Der Kauf kam dann allerdings nicht zustande. Kurzerhand hat Microsoft dann ja auch eine eigene Software dieser Art quasi programmiert und angeboten. Aktuell allerdings nur für Business- und Bildungskunden. Jetzt soll eben angeblich Amazon daran interessiert sein. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns überhaupt. Aktuell wird Slack mit 9 Milliarden US-Toller bewertet. Also ein sehr, sehr, sehr großer Kauf. Bleibt abzuwarten, ob sich Slack tatsächlich kaufen lassen wird. Zum Abschluss kommen wir zu Office bzw. zu Windows 10 S. Das ist ja im Endeffekt dieser Tage jetzt gestartet, nachdem die Surface-Notebooks auch ausgeliefert werden. Das kommt ja mit Windows 10 S. Und dort gibt es jetzt dann auch im Store seit der Auslieferung der Notebooks auch Office drinnen. Natürlich ganz wichtig, bei Windows 10 S kann ich ja nur Apps installieren, die aus dem Store kommen. Dementsprechend auch wichtig, dass Microsoft da das Ganze anbietet. Einschränkungen gibt es allerdings. Ja, einige nicht unerhebliche, würde ich sagen. Zum Beispiel ist die angebotene Version nur eine 32-Bit-Version. Auf der anderen Seite zumindest für Käufer des Geräts gibt es zumindest die ganzen Dienste für ein Jahr lang kostenlos. Vielleicht eine kleine Linderung des Schmerzes, dass es nur eine 32-Bit-Version ist. Ja, das war es für diese etwas spontane Woche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche solltet dann, sofern er wieder gesund ist, und wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Der Achim wieder für euch da sein. Schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.